Weißt du, was das nicht versteht? Der Typ, der Typ ist kein Netzwerk gefahren. Ne, wir sind in Zwickau. Ich nehme meinen Kollegen in Zwickau heute noch tagsüber, weil wir da auch für die Via Arbeit abfilmen. Ich nehme einen Namen. Ich nehme einen Namen. Wer soll die Ausgabe aufnehmen? Nein, ich nehme meinen Namen. Oh, das stimmt. Sobald sich das an rauszuholen. Sollte Das war's für heute. Hmm, länger oder hinten dran? Was macht ihr jetzt hier? Wir montieren die Armauflage in die Türverkleidung. Für die Türverkleidung sind es ziemlich die letzten Sachen, es kommt hier noch in eine schwarz-glossy lackierte Blende rein, aber am Auto sind schon noch einige Sachen zu tun. Ja, es geht durch. Okay, also ich wäre soweit. Alles klar. Und dann draufklopfen. Das passt auch an die... Das geht durch. Das geht durch. Das ist okay. Okay? Okay. Also ich wäre soweit. Alles klar. Okay. 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 Vielen Dank. Nein, habe ich kein Plan. Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich denke schon, dass das große Folien sind. Hallo. Nein, es geht. Es ist nur gerade ein bisschen laut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.